herzlich willkommen freunde zu meinem erneuten xp glichs video bevor wir mit dem video anfangen lasst kostenlos ein abo da und ein like und teilt das video sehr sehr wichtig freunde nicht vergessen ich mache daily xp glichs videos deswegen checkt's ab checkt mein instagram youtube tik tok und so weiter und so fort alle plattformen sind unten verlinkt erster schritt auf jeden fall freunde um diesen insel beizutreten müssen wir insel code eingeben das ist diese insel code dahinter version 16 11 auf jeden fall das ist diese code wie man hier angeblendet ist so ganz normal in der code v11 eingeben spielen und nicht öffentlich sondern private match spielen das erste schritt auf jeden fall müssen wir rausgehen wir müssen mitnehmen so dann müssen wir hier hin zu diesem automat kommt so und nebenbei bekommen natürlich auf kxp glich button wir müssen von hier zwei boden machen und zählt mit 123 hier genau stellen tanzt egal welche tanz kehrt bis hin zurück dann spawnt die zu einem geheimort müsst jetzt fünf minuten warten dann zeige ich euch wie es weitergeht der timer ist jetzt auf jeden fall vorbei jetzt klicken wir auf jeden fall auf dem knopf hier machen wir 2 4 9 1 2 3 also das macht bisschen schneller noch einer und noch einer danach geht ihr hier raus dann müssen wir diesen reifen hier genau admin xp das erste knopf auf jeden fall danach müssen wir auf diesem dach gehen dann ist der zweite admin xp kriegen wir auch drauf da bekommen wir auch xp auf jeden fall pro sekunde bis zu 2000 xp die nächsten knöpfe sind auf jeden fall der erste ist hier direkt unten muss ich kurz treppe hoch bei diesem regal ist das secret xp genau da bekommen wir auch bisschen viel xp wie man hier schon unten sieht danach müssen wir auf jeden fall hier oben gehen das war zu weit das war zu weit von egal passiert passiert so ganz kurz nehmen wir noch mal den grabbler also wir dürfen jetzt nicht weit fliegen das heißt maximal so und hier ist auch secret xp das waren die auf jeden fall es kommt aber noch ein paar jetzt kommen auf jeden fall die letzten zwei knöpfe die sind sehr sehr wichtig der vorletzte ist direkt in dieser haus hier bei diese kästchen hier oder wie man auch hier nennt so secret xp jawohl und dadurch haben wir durch diese map 100 112 113.000 xp halt jetzt kommen wir zu dem letzten xp glitz sparten auf jeden fall den findet man hier wie man hier sieht auf jeden fall da sind mehrere knöpfe der klicken auf jeden fall alles drauf hier zack da wird auf jeden fall immer und immer mehr und jetzt müssen wir zu diesem trampolin raum die ganze springen da wird auf jeden fall unser xp auch stärker und mehr auf jeden fall freunde ich hoffe bis dahin habe ich euch geholfen lasst kurz uns ein like da wie gesagt teil das video abonniert mich ich freue mich das war es gewesen bis zum nächsten video ciao bis zum nächsten video